Arbeit, der Definition, ist eine Tätigkeit mit einzelnen Verrichtungen. Arbeit ist nicht nur eine Beschäftigung, nicht von der Langeweile des Lebens abzuhalten. Arbeit soll deine Interessen einen nachhaltigen Nutzen bieten. Eine Beschäftigung, die dir Freude bringt, aber auch noch dein Selbstwertgefühl steigert. Das ist das Ziel jeder schulischen Bildung. Dafür setzen sich Menschen hin, lernen, überlegen sich ihre Ziele oder erkunden über verschiedene Wege die Arbeitswelt. Ob Metzger, Maurer, Lehrer oder Influencer, alles, was deine Schaffungskraft anspornt und deinen Lebensunterhalt sichert, das ist das Ziel. Aber wann ist es eigentlich soweit gekommen, dass wir gefühlt nur noch leben, um zu arbeiten? Ist der Wunsch nach Reichtum und Anerkennung? Oder weil gefühlt jedes Jahr die Kosten um 50% steigen? Man hat einfach das Gefühl, dass das, was man am Monatsende nach Hause bringt, in keiner Form reicht, um die Kosten zu decken. Monika Kühngeorg sagte einmal, ohne die Arbeit des Einzelnen ist die Wirtschaft ein Nichts. Aber wieso hat man das Gefühl, dass das in keiner Form anerkannt wird? Die Politik muss hier einen massiven Wandel vollziehen, um die Wirtschaft des Landes zu stärken, aber auch, um der Verpflichtung für das Volk gerecht zu werden und mal den Arm aus den Kindern der Wirtschaft ziehen, die ihren Tisch zum Großteil decken.